Und dann nimmst du einen Schluck. Entweder lässt du es ... Das wollte ich jetzt einfach nicht machen. Ich habe eine Presse. Ich bin Luana und ich hasse Lüewi. Jetzt zum Beispiel in Zürich. Du läufst durch die Bahnhofstrasse. Du riechst einfach den Lüewi schon. Und alle sind immer so, es gibt Lüewi. Und ich bin wirklich immer so ... Es stinkt nach Lüewi. Es schiesst mich wirklich so an. Ja, wir tun jetzt einfach so Scheisse in den Wein. Machen den warm und alle Leute kaufen den. Ich meine ganz ehrlich, man hat Wein. Und dann noch so ein bisschen Zimt. Und dann noch so ein bisschen Nelke. Ich weiss nicht mal, was in die Lüewi gehört. Ich weiss nicht mal, was in die Lüewi gehört, weil ich sie so fest hasse. Aber ich gebe ja auch Lüewi jedes Jahr eine Chance. Immer wieder. Immer wieder. Und ich habe bis jetzt in meinem Leben einmal einmal eine Lüewi gerne gehabt. Weil sie haben einfach Unmengen von Gin hineingeflossen. Und logisch habe ich dann die Lüewi gerne. Aber es ist einfach so der klassische Lüewi. Okay, trinkst du ihn. Du hast eine halbe Minute Zeit, um deinen Lüewi zu trinken. Weil du nimmst ihn. Wolltest du ihn trinken? Nein, zu heiss. Zu heiss, fehlt zu heiss. Dann warte ich eine Viertelstunde, bis du dein Getränk trinken kannst. Ich komme wieder zurück auf mein Beispiel. Du bestellst eine Pizza. Der Kellner läuft so raus mit der Pizza und du findest so, das ist meine. Und es ist dann wirklich deine. Und du fühlst es so, er sagt, yes. Und dann sitzt du eine Viertelstunde vor dieser Pizza. Und es ist einfach so, du kannst nichts machen. Die Arten sind verschränkt. Du kannst nichts machen, wie beim Glühwein. Und kalt, sorry. Aber kalte Glühwein. Ich meine, sorry. Gibt es etwas Grusigeres als kalte Glühwein? Ich habe alle gespuckt. Nimm das nicht. Nimm das nicht rein. Ich weiss, alle sagen immer, nimm das nicht rein und du nimmst es nicht rein. Aber nimm es nicht rein. Aber gibt es etwas Grusigeres? Ich habe schon wieder gespuckt. Als kalten Glühwein. Ihr wisst alle ganz genau, dass Glühwein nicht fein ist. Vielleicht trinkt es nur, weil ihr warm habt. Oder Weihnachtsmarkt. Wir machen irgendwie Pfeffermünztee mit Wodka. Viel besser als Glühwein. Ich suche immer Bier. Und dann ist es so, nein, wir haben kein Bier. Wir verkaufen nur Glühwein. Fuck. Fuck you. Entschuldigung. Ich darf fluchen. Ich darf fluchen. Ich darf fluchen. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Eigentlich bin ich ein bekennender Fan von Watson. Nach dem heutigen Tag bin ich... ...für uns nicht mehr. Sie zwingen dich zum Trinken. Ich habe schon wieder gespuckt. Sie zwingen dich zum Spucken. Was? Ich weiß nicht, was ich alles gewählt habe. Glühwein ist wirklich überbewertet. Vor allem in der Schweiz. Ich meine, ich habe meinen Mitbewohnern gesagt, dass ich über Glühwein hate. Sie wollten mich rausstellen. Rausstellen. Wie gemein ist das? Ich finde es wirklich traurig. 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 Ich finde es wirklich traurig.